Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich mein erstes richtiges Make-up-Tutorial für euch. Sehr cool, wie ich finde. Das wird natürlich als Werbevideo gekennzeichnet, es handelt sich aber in keinster Weise um eine Produktplatzierung. Ihr dürftet das Spiel mittlerweile kennen, ich werde es aber auch nochmal in den DM-Neuheiten erklären, das schauen immer die meisten, dieses Video. Ich habe euch meinen Alltagsdruck geschminkt und zwar diesen hier, den trage ich wirklich fast nur. Außerdem ist der nur mit Drogerieprodukten geschminkt, also alles bis auf die Pinsel. Dann möchte ich euch noch kurz sagen, dass ich mich geschminkt wirklich sehr, 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 sehr viel wohler fühle. Deshalb schminke ich mich auch meistens ziemlich stark, finde ich. Und ich möchte auch noch kurz dazu sagen, ich bin natürlich keine Make-up-Artistin. Für euch gibt es wieder eine Überraschung in dem Video und ich habe natürlich, bevor wir starten, auch noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich diesmal interessieren, welches Produkt in eurem Make-up-Look nicht fehlen darf. Auch gerne konkret welches Produkt, also von welcher Marke. Schreibt mir das sehr gerne und nun würde ich aber sagen, starten wir mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich starte natürlich immer mit einer Tagescreme. Aktuell verwende ich die von Paola Maria, die aus der Lovely-Reihe. Und dadurch, dass sie sehr viel Feuchtigkeit spendet, lasse ich die immer etwas einziehen, bevor ich die Foundation auftrage und mache in der Zeit schon mal meine Augenbrauen. Für meine Augenbrauen benutze ich momentan das Augenbrauenpuder hier von Essence und zwar in der Farbe Bold Blonde. Und das trage ich auf mit einem Pinsel und ich versuche erst so ein bisschen die Augenbrauen nachzumalen sozusagen. Und setze da am oberen und unteren, wie sagt man, Rahmen der Augenbrauen an. Und dann fülle ich das Ganze noch so ein bisschen aus. Die Augenbrauenfarbe ist etwas bräunlicher, als meine Augenbrauen sind. Ja, und meistens bürste ich mir das dann noch ein bisschen so zurecht. Ich mag das nämlich nicht so, wenn man das so ganz doll sieht, dass die so aufgezeichnet sind. Ab und zu sind da auch ein paar Lücken drin oder so. Aber das finde ich nicht so schlimm, muss ich sagen. Wie gesagt, ich mag das gerne so. So, dann mache ich weiter mit der Foundation. Und zwar benutze ich da gerade eigentlich immer eine von diesen beiden. Entweder die Catrice Liquid Coverage Foundation oder die Revlon Foundation. Foundation? Foundation? Und ich benutze die heute auch. Die ist zwar etwas zu dunkel für meinen Hautton, aber die von Catrice ist auch fast leer. Und ich finde, die hält noch einen Ticken länger, beziehungsweise verrutscht sie bei mir nicht so doll. Ich trage die auch zuerst auf meinem Handrücken auf. Gehe damit dann ins Gesicht. So, und dann benutze ich den Beauty Blender. Und ja, dann arbeite ich die Foundation eben ein. Die hat eine sehr hohe Deckkraft. Gerade in der Prüfungsphase bekomme ich echt immer ziemlich viele kleine Unreinheiten. Und das meistens immer schön in der T-Zone. Aber ja, die kann man eigentlich echt ganz gut verdecken. Ich benutze auch kein Concealer danach noch. Irgendwie habe ich mir das abgewöhnt, Concealer zu benutzen. Also entweder benutze ich nur Concealer oder nur Foundation. Ich benutze immer Primer, bevor ich Lidschatten auftrage. Ich habe kein Primer aus der Drogerie. Deshalb zeige ich euch jetzt einfach den hier, den ich gerade verwende. Muss jetzt sein. Und ich kann euch auch sagen, dass ich meine Augen wirklich immer, immer, immer betone. Und deshalb ist das auch echt so ein klassischer Make-up-Alltags-Look. Alltags-Make-up-Look. Wenn ich meine Augen betont habe. Also die schminke ich wirklich immer sehr, sehr doll und sehr gerne. Für meinen Lidschatten benutze ich so lange schon diese Make-up-Revolution-Palette. Dementsprechend sieht die auch aus. Ganz häufig benutze ich diesen Braunton hier. Deshalb benutze ich den heute auch einfach. Hier müsst ihr auch echt aufpassen. Also Make-up-Revolution hat echt sehr stark pigmentierte Farben. Wenn man da ein bisschen zu doll reingeht, dann kriegt man das gar nicht mehr verblendet. Ja, und wenn ich das so als erstes aufgetragen habe, verblende ich das meistens nochmal mit einem anderen Pinsel. Und dann benutze ich so einen hellen Ton aus dieser Essence-Palette hier. Aus der My One... nee, My Only One-Palette. Und zwar ist das einfach so eine Farbe, die ich nochmal dazugebe, um das Ganze ein bisschen kontrastreicher zu gestalten. Gehe auch damit ein bisschen dann über in die andere Farbe. Das wird auch alles gleich nochmal verblendet. Also jetzt trage ich das erstmal ganz, ja, unvorsichtig auf sozusagen. Ich finde tatsächlich auch, dass die Essence-Palette sehr gut pigmentiert ist. Wenn ich das jetzt soweit gemacht habe, wie gesagt, verblende ich das nochmal, dass das alles ineinander übergeht mit einem anderen Pinsel. So, und dann kommt noch eine weitere Farbe aus der Make-up-Revolution-Palette zum Einsatz. Die trage ich dann hier unter meinem unteren Wimpernkranz nochmal ganz leicht auf und auch nur im äußeren Viertel sozusagen. Ziehe das so ein bisschen hoch noch, wo ich nachher meinen Lidstrich ziehen werde. Außerdem benutze ich dann nochmal die hellere Farbe von Essence und gehe damit einfach hier unter meinen Augenbrauen nochmal entlang. Eigentlich macht man das ja hier nur am obersten Bogen, sage ich mal, der Augenbraue, um die nochmal zu heben. Aber ich mache das immer so, damit das irgendwie alles ein bisschen sauberer und ordentlicher aussieht. Und damit kommen wir zum Lidstrich. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich immer diesen L'Oreal Perfect Slim Eyeliner benutze. Der ist jetzt fast leer, deshalb benutze ich mal jetzt den von Maybelline. Den habe ich auch schon einmal getestet, aber ich habe den noch nicht so richtig in meinen Make-up-Look integriert. Es wird jetzt spannend. Ich male auf jeden Fall erstmal den Wing hier außen. Und Leute, ich merke gerade, das geht tatsächlich nicht so gut wie mit dem L'Oreal Eyeliner. Deshalb werde ich das jetzt doch nochmal ändern und nochmal den dafür nehmen. Dadurch, dass der L'Oreal Liner schon, wie gesagt, ziemlich lange in Verwendung ist und auch fast leer ist, funktioniert das meistens nicht ganz so präzise, wie als wenn er neu ist, wenn ich jetzt die Linie verbinde mit dem Wing. Also bis zum Wing ziehe ich dann diese Linie durch, gucke dann, ob ich das noch ein bisschen ausbessern kann, sauberer machen kann, die Ränder ein bisschen sauberer gestalten kann. Und das Ganze mache ich dann auf der Seite auch. Weiter geht es dann mit der Mascara. Die ist gerade von Essence. Die war am Anfang ganz schön schmierig. Also da musste man doll aufpassen. Aber an sich definiert sie ganz schön. Sie macht, ja, ein bisschen Volumen. Der Feinschliff ist getan. Nun kommen wir zum etwas gröberen Teil, würde ich sagen. Und zwar trage ich jetzt Puder auf. Das ist hier das Brighten Up Puder von Essence. Und zwar trage ich das auch, glaube ich, mit ebenfalls einem Pinsel von Essence auf. Der wurde mir sogar von euch empfohlen. Wenn man jetzt schon eine Foundation hat, die sehr deckend ist und auch schon mattierend ist, muss man das jetzt nicht unbedingt auftragen. Aber ich benutze das Puder trotzdem eigentlich ganz gerne. Gerade auch im Sommer mattiert das nochmal richtig doll. Bronzer darf natürlich auch nicht fehlen. Also ich benutze nur Bronzer tatsächlich und keinen Blush. Da benutze ich auch schon sehr, sehr lange jetzt diese Contouring Palette von Essence. Den Pinsel hier habe ich aus einer Limited Edition von P2. Ich muss sagen, Bronzer ist so ein Ding. Also ich verschätze mich da leicht und muss das dann oft mit Puder nochmal auskorrigieren. Für den Highlighter benutze ich eine Kombination. Einer benutze ich hier aus der Glow2Go Palette von Essence. Diesen zweiten Farbton hier. Also den sieht man auch nicht so doll. Da muss man nicht Angst haben, dass man sich da doll irgendwie verhighlightet, wenn man das so sagen kann. Ja, wie gesagt, den kombiniere ich, den Ton, mit diesem ersten Ton hier von Makeup Revolution. Den gebe ich mir nochmal ganz zart hier vorne auf meine Wangenknochen. Als Lippenstift benutze ich tatsächlich gerade nur Produkte von Essence. Generell benutze ich sehr viele Produkte von Essence. Fällt mir gerade aus. Das ist die Farbe 01 Rose Mood. Ihr seht, ich trage den auch den ganzen Lippen auf. Und das mache ich meistens nur, weil der sehr gut hält und schön matt wird. Und darüber gebe ich dann nochmal so einen anderen Lippenstift. Und das ist der Lippenstift 10. Auch von Essence. Und damit finde ich, bin ich, stand klar. Ich mag die Kombination einfach sehr gerne aus diesem braunen Ton hier, den ich auf den Augen trage. Und dann so einen rosigen, nudigen Lippenstift. So, das ist also mein Makeup Look. Ich hoffe sehr, dass er euch gefällt. Nun kommen wir aber noch zu der Überraschung, die ich für euch habe. Und zwar ist das diese Beauty Box hier. Ich habe tatsächlich so viel für euch aufgehoben, dass ich euch direkt die nächste Freude bereiten kann. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.